Pahu Pasana Ausgangsposition ist der Lotus-Sitz. Gib einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Hebe die Arme nach oben und forme mit den Händen einen schönen Lotus. Schaue dann zwischen den Daumen durch nach oben zum Himmel. Das ist Pahu Pasana. Schaue dann zwischen den Daumen nach oben zum Himmel, die das Lachen und dem Daumen nach oben. Schaue dann zwischen den Daumen und dem Daumen nach oben oder dem Daumen nach oben auf den Daumen nach oben. Schaue dann durch die Auge. Geh das nicht mehr. Ja.